Und rechts hat man durch den einen Grafikfehler vorhin gesehen, dass er irgendwo Lava ist. Ich hoffe, dass ich unten ankomme, bevor meine Spitzhocke den Geist aufgibt. Hallo, Höhle. Hier muss doch irgendwo ein Hühlchen sein. Da ist sie. Da ist sie. Alter. Alter. Höh, höh, höh. Voll. Na ja, schauen wir mal, ob wir so nach unten kommen. Ich glaube eher, dass vorher meine Spitzhocke den Geist aufgibt. Und mein Inventar ist voll. Alter, wie weit geht es denn da noch runter? Ohoho, das hätte ja auch schief gehen können. Ohoho, das hätte ja auch schief gehen können. Okay, gleich bin ich da. Ohoho. Jemand? okay wir sind auf höhe minus 41 ja noch super einmal noch so jetzt bräuchte man vorstuhlmusik und es ist nacht natürlich ist es nacht und es ist nacht natürlich ist es nacht nein gut sehr schön ja genau jetzt kommt er jetzt kommt er und der kommt auch aber der schafft es nicht mehr heißen weg damit so zack zack mitbekommen hat also meinen zweiten und dritten und dass ich am anderen ende der welt gefühlt bin und wieder ein bisschen neu aufbauen muss aber ich glaube dass unser dorf werden wir schnell wieder finden aber so unequiviert mag ich jetzt nicht rumlaufen gut also bis zum nächsten mal okay vorher schaue ich mal was der so hat kaktus kaktus moosblock fichtensetzlinge ok also den darf ich gerne nehmen aber ich habe nicht genügend smaragde ich habe erst drei aber beim nächsten mal traten und dann kann ich auch den fichtensetzling holen und dann kann ich hier fichtenholz auch ernten also bis zum nächsten mal servus seers und herzlich willkommen zurück zu minecraft ja die letzte session war ein bisschen nicht so toll durch jetzt mein altes dorf wieder finden muss aber das ist gar kein problem warum es gewachsen und zwar werde ich schauen dass ich hier vielleicht ein häuschen her pflanze und danach mache ich mich wieder auf den weg zurück zu meinem alten dorf und ich schaue dass ich das auch finde ok bei dem wollten wir fichtensetzlinge kaufen dann schaue ich mal ganz schnell hier haben wir drei bisschen holz haben wir da im dorf ist ein bogner da werden wir uns schnell einmal ein paar smaragde holen ja so werde ich ihn nicht finden wenn ich einfach wahllos in irgendein gebäude rein gehe also ich weiß dass wir einen haben das ist der stall da ist keiner drin ich weiß dass wir einen haben das ist der stall da ist keiner drin ja ne du auch nicht ich habe doch schon einen gesehen in dem dorf oder bin ich jetzt doof gibt es doch nicht ist der stall da ist ein das ist natürlich doof jetzt wenn ich mich geirrt habe da ist ein schmied da ist ein da ist irgendein anderer typ aber bei dem können wir was machen oder ach komm oder nein ach man es nervt jetzt gerade ich dachte wir hätten einen bogner da äh planänderung dann werden wir uns eben einen bogner holen ähm ja äh da 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 ähm äh wo ist mein da hinten also brauchen wir jetzt zweimal ähm feuerstein ähm 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 aber werden wir nicht haben wo ist kies 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 ist da mal schauen ob man einmal feuerstein bekommt wenn man es auch braucht jawohl zweimal perfekt ja wohl zweimal perfekt kies ich hoffe dass da jemand rangeht und dann 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 ach mach mal noch mal so jetzt bin ich mal gespannt aber die sind eh jetzt ist abends wahrscheinlich ja richtiger weg nein falsche tür ja nein ach komm schon ja ich glaube da geht es gut keiner her schalki ja ich ja herman domm nein boge nach 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 jetzt mein bett da hinten ja gott danke wundering trader finden bitte nicht die sporn bitte nicht die sporn ok machte ich uns nicht mehr nein das ist mein bett sowas aber auch wenn sie sich immer zu mir dazu kuscheln ok einmal sichten setzling so wachse ich hätte sogar kies gehabt ja gut das habe ich spitzhockgewehr schön aus eisen dann ne axt habe ich aus eisen das habe ich aus eisen rüstung geht nicht mehr schade ich weiß nicht so rumstehen das heißt arbeiten ok ok